Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last Remnant. Wir sehen uns hier neben unserem ach so ungeliebten Auftraggeber, dem Forscher aus Melfina, der jetzt bereits zum dritten Mal einen Wunsch, beziehungsweise in seinem Fall wohl eher eine Aufgabe oder ein Befehl an uns heranträgt. Und ich habe mir das jetzt im Vorfeld mal notiert. Er möchte jetzt im dritten Anlauf 10 Ampullen Parasitenöl, 3 Kellen Kosmossand und einen Nachtblütensamen von uns haben. Und ja, wir haben im letzten Part diesen Kosmossand eigentlich ohne Probleme auftreiben können. Der Nachtblütensamen, der ist allerdings neu für uns und ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir dieses Item jetzt auftreiben können, beziehungsweise hoffe ich auch, dass wir mit dem Kosmossand jetzt keine allzu großen Schwierigkeiten bekommen werden, denn den haben wir bei unserem letzten Besuch in Ivaloks Nest von irgendwelchen komischen grünen Gegnern bekommen, die irgendwie auch Ivalok hießen, also vielleicht nicht 1 zu 1, aber die hatten so einen ähnlichen Namen. Und keine Ahnung, ob die immer spawnen, ob wir vielleicht eine Glückssträhne gehabt haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo wir jetzt die restlichen Items herbekommen. Also beim ersten und zweiten Versuch ist das nicht sonderlich schwer gewesen, sage ich mal. Aber okay, ich glaube, wir haben jetzt sogar noch einen Abschnitt freigeschaltet. Mir war es also beim letzten Versuch das Ganze hier nicht so groß war. Ich glaube, diese ganze Ecke unten links, die ist hier neu, die hatten wir letztes Mal noch nicht. Also das lässt zumindest ein bisschen Hoffnung in mir aufkeimen, weil das neue Gebiet vielleicht automatisch bedeutet, dass wir dort auch den gesuchten Samen ausfindig machen können. Und ich würde mal sagen, wir begeben uns auch direkt zum ersten Mal in diese Richtung. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier neue Gegner sind oder so. Also Mandragoras hatten wir beim letzten Mal hier auch. Und zuletzt wurde dieser Weg hier direkt vor unserer Nase freigeschaltet. Und vielleicht werden wir dort auch gleich nochmal hinlaufen müssen. Aber ich werde mich erstmal umschauen. Ach wartet mal, seht ihr, eine Sache wollte ich noch nachschauen. Nämlich, ob wir gegebenenfalls nicht schon Parasitenöl und Kosmos-Sand überhaben. Denn ja, eigentlich wollte ich das nachgucken, bevor ich jetzt mit dieser Aufnahme starte. Jetzt müsst ihr euch das leider mit antun. So, Inventar und ja, ich weiß nicht, wonach es am sinnvollsten ist zu sortieren. Ne, wahrscheinlich ist das jetzt nicht so die beste. Ja, genau, so rum ist das noch viel schöner. Schwarz-Rosen-Nektar brauchen wir diesmal nicht. Parasitenöl brauchen wir insgesamt zehnmal. Das heißt, vier Stück fehlen uns davon noch. Und Kosmos-Sand brauchen wir dreimal. Das heißt, hier fehlt uns noch, ja noch ein kleines Häufchen. Ne, auch wenn Häufchen irgendwie so von Begriff her etwas merkwürdig klingt. Aber ihr wisst ja, was ich meine. In der Ingame-Beschreibung war die Rede von Kellen. Ne, und nicht von Häufchen. Nein, vielleicht sollte ich mich ein bisschen daran orientieren, damit hier keine falschen Assoziationen auftauchen. Ach nee, Schwarz-Rosen-Nektar gab es hier aus diesem Bohrpunkt. Das heißt, hier sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt weitersuchen. Ja, von hier sind wir nämlich beim letzten Mal runtergefallen, beziehungsweise haben uns den Weg abgekürzt, sind dann direkt nach geradeaus weiter und haben dann hier quasi den Kreis wieder geschlossen. Und dieser Weg hier, der müsste jetzt neu sein und der ist auch recht überschaubar, was ich sehr begrüße. Denn dann werden wir das hier recht schnell für uns abgeschlossen haben. Ich nehme mir mal diese oder die Zen-Mandra-Gora mit. Also für mich ist das irgendwie auch wieder so ein weiblicher Gegner. Also für mich ist es irgendwie die Mandra-Gora. Keine Ahnung, ob das mit der nicht vielleicht sinnvoller ist. Und ich habe auch einen ganz, ganz wertvollen Tipp aus einem Kommentar entnehmen können. Das ist allerdings schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Beziehungsweise nicht, dass ich das gelesen habe, sondern dass das gepostet wurde. Nämlich, ja, ich habe immer so dazu geneigt, in der Vergangenheit ganz, ganz oft so Fernangriffe loszutreten, obwohl ich einen riesigen Haufen von Gegnerverbänden vor meiner Nase hatte. Und das ist aus rein taktischer Sicht natürlich nicht so sinnvoll, weil ich damit immer meine Verbände dazu bringe oder Gefahr laufen lasse, dann überfallen zu werden oder irgendwie anderweitig blöd überrascht zu werden. Und ja, ich werde zukünftig versuchen, das so ein bisschen zu vermeiden, mit Fernangriffen zu agieren, wenn ich sehe, dass ich hier mehrere Verbände habe, gegen die ich kämpfe und wo die Gefahr besonders groß ist, dass man mich da irgendwie, wie sagt man, flankiert oder so oder in irgendeine blöde Zwickmühle bringt. Hey, schaut mal, den haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Jo, würde ich doch glatt wieder beschwören. Natürlich immer noch in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal die Zyklop 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bekommen. Nein, ich wäre schon froh, wenn wir den überhaupt irgendwann mal auf 5 bringen könnten. Ich weiß bisher immer noch nicht, das hat mir auch von euch bisher noch keiner sagen können, ob man den aufleveln kann. Und ja, irgendwann werde ich mir das vielleicht mal durchlesen oder so, wobei das habe ich ja bei der Tarnung auch irgendwann mal angekündigt oder mir vorgenommen. Und letzten Endes hat das nichts genützt, denn ich habe das vergessen und das Ingame-Spiel, also das Spiel an sich war halt schneller und hat dann irgendwann mir Level 2 Tarnung angezeigt. Und mir fällt ein, ich habe vor dieser Aufnahme hier ganz vergessen, die ganzen Städte wieder abzuklappern wegen, ja, wegen unseren Charakteren, wegen unseren Mitstreitern, die alle irgendwie sehr zögerlich damit umgehen, wenn es darum geht, uns mit ihren persönlichen Befindlichkeiten in irgendwelche Missionen zu schicken. So, diese Mandragora hat uns verdammt wenig da gelassen, denn wir kennen aus anderen Kämpfen oder wir wissen aus anderen Kämpfen, dass die hier durchaus schöne Items da lassen können. Oh, vielleicht kriegen wir hier jetzt diesen Samen. Ich meine, das ist immerhin ein neuer Bohrpunkt. Seltenes Item ist mit dabei. Nee, leider nicht, aber immerhin ein paar Todesdrachenknochen. Kriegt man ja in der Regel auch nicht so hinterhergeschmissen. Und auch technisch gesehen ist er jetzt ein Großmeister-Impuls-Grabmodul. Dann gib mal bitte deinem Impuls nach und hol uns hier wieder was Schönes raus. Und ja, ich dachte, ich dachte, das würde jetzt wieder eine Nullnummer sein. Weil jedes Mal, wenn ich mich immer über seine Upgrades gefreut habe, ja, genau wie jetzt, hat er mal kurz darauf total Bockmist gebaut und mir gar nichts aus dem Grabungspunkt mit rausgeholt. Also hier werde ich das jetzt erstmal nicht weiter probieren, denn wir haben sowohl eine Kette hier schon generieren können und gesehen, was das seltene Item ausmacht. Deswegen denke ich mal, dass das nicht viel bringt. Okay, da haben wir ein Ivalok. Ivalok, ich glaube... Ich glaube, Ivalok heißt doch auch dieser Ort hier, oder? Ich glaube, das ist nämlich ein anderer. Ich glaube, hier gibt es nämlich von diesen kleinen Viechern, also mal abgesehen von diesem blöden Weberknecht, noch andere, also zwei unterschiedliche noch, die irgendwie einen ähnlichen Namen tragen, aber trotzdem nicht die gleichen sind. Und ich weiß nicht mehr, wie der letzte hieß, also der, den wir im letzten Part des Öfteren bekämpft haben, von dem wir auch Kosmos Sand bekommen haben. Aber der hieß auf jeden Fall nicht Ivalok, weil meine Ivalok war noch das, dass es so eine leichte Abweichung war zum Namen des Dungeons oder zum Namen der Höhle an sich. Und ja, deswegen hoffe ich jetzt natürlich, dass wir hier von dem vielleicht auch Kosmos Sand bekommen, wenn nicht sogar den besuchten Samen. Und ja, ich hoffe vor allen Dingen auch, dass er nicht imstande ist, die Kavallerie irgendwie hier anzuwenden. Weil ich reagiere inzwischen schon etwas allergisch auf dieses Wort. Also allein, wenn ich nur dran denke, da dreht sich mir schon wieder die Magengegend um. Ja, und offensichtlich ist Ivalok sehr, sehr gut im Ausweichen. Muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Aber er blinkt schon. Das heißt, sonderlich schwer ist er nicht. Ähnlich wie sein anderer kleiner Vertreter, also der, der auch irgendwie mit Ivalok anfängt. Und wo ich aber nicht mehr zusammenkriege, wie der Name endet. Aber wir haben das ohne große Mühe geschafft. Das freut mich jetzt natürlich. Aber der spannende Teil, der kommt noch. Nämlich die Frage, was bekommen wir? Wow. Erstmal ein paar mehr Upgrades als durch die Gegner, die wir zuvor besiegt haben. Und leider nur ein Manticor-Panzer. Das ist natürlich alles andere als cool. Das heißt, wir werden hier erstmal etwas länger suchen müssen. Es war gerade so, als ob ich noch so ein Vieh gehört hätte. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Also geradeaus müsste auf jeden Fall eine Sackgasse sein. Yay. Mit einem schönen Grabungspunkt, einem einmaligen. Vielleicht kriegen wir auch mal ein Teilchen. Nee. Hier gibt es Geld. Also irgendwie gibt es in diesem Ort, an diesem Ort ganz viel Geld. Ich habe schon wieder so ein matschiges... Hört ihr dieses Geräusch auch? Ich habe es gerade im Hintergrund matschen gehört. Das war genau das gleiche Geräusch, als wenn so ein Vieh sich hier aus dem Boden zwirbelt und uns attackiert. Wow. Aber gut, wir haben auch noch ein gutes Stück vor uns. Links müsste dann die nächste Sackgasse sein. So, da haben wir Riesenspinnen und zwar gleich drei Stück. Nee, sogar vier Stück an der Zahl. Wow, sogar fünf. Aber ich glaube, die kriege ich nicht alle in einen Kampf verwickelt. Da hinten sehe ich auch eine Truhe, aber eigentlich möchte ich zuerst nach links. Tja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe eine Idee. Ich werde mal von hier anfangen und werde jetzt versuchen, alle fünf jetzt in diesen Kampf zu verstricken. Wenn mir das gelingt, dann wäre das umso besser. Yay, hat geklappt. Sehr schön. Ja, das war jetzt auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit. Wir sind auch im Kampf angestiegen, wie ich gerade sehe. Und ein paar Exemplare müssen wir eigentlich auch gefangen haben. Hey! Und er hat Blitzfeil gelernt. Ist jetzt zwar so vom Schadensoutput her nicht die möchtigste Angriffsattacke, Zauber, Dings, Bums. Wir sehen auch links, dass es mittleren Mystik-Schaden zufügt. Aber wie sonst auch kann ich nur sagen, alles, was wir neu dazu bekommen, ist nicht verkehrt. Gabriel hat gerade seine Wespe verstärkt, also sprich seine Waffe, was ich natürlich auch sehr begrüße. Und ja, ich würde mal sagen, die restlichen sechs, die nehme ich mit. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Verbände das gewesen sind, aber ich habe am Ende nochmal gesehen, dass, ja, ich sage mal, der höchste Buchstabe, der letzte Buchstabe aus dem Alphabet ein Iva, also wer möchte, kann das Alphabet gerne durchgehen. Und, oh, schaut mal, da ist nochmal so ein Iva-Log. Vielleicht haben wir diesmal irgendwie ein bisschen mehr Glück mit Komponenten. Also so als Entwickler, weiß ich nicht, würde ich da irgendwie schon so einen roten Faden einbauen und sagen, gut, wenn wir jetzt zwei unterschiedliche von diesen Kleinstviechern haben und beide grün sind, dann würde ich den schon irgendwie auch seltene Komponenten verpassen. Nicht dem einen Exemplar ja und dem anderen nicht. Aber gut, vielleicht denke ich da auch einfach nur anders. Also wenn wir jetzt wieder kein Glück haben, dann glaube ich auch nicht, dass wir von denen irgendwas bekommen. Es sei denn, das ist so gemein eingefädelt, sage ich mal, dass wir hier nur eine ganz, ganz geringe, prozentuale Chance haben, dass die irgendwas droppen, was ich natürlich nicht hoffen möchte. Aber ich weiß, dass diese Mission für mich damals sehr, sehr ätzend gewesen ist. Ich weiß nur nicht mehr, worin das begründet lag. Denn bisher sind wir eigentlich hier ganz gut vorangekommen. Und ja, da gibt es eigentlich auch keinen Grund, das jetzt in irgendeiner Form zu monieren oder sich über den Missionsverlauf zu beschweren. Allerdings haben wir jetzt auch den letzten Abschnitt bald schon abgeschlossen. Und wenn wir da nicht bald einen Hinweis darauf bekommen, wo wir zumindest diesen Nachtblüten, Nachtblüten, ja, ich wusste gerade nicht, ob Nachtblüten oder Nachtblumensamen finden, dann bin ich mit meinem Latein auch ein bisschen am Ende. Also dann würde ich wahrscheinlich nochmal den ganzen Ort hier abklappern, auch die ganzen Ecken, wo wir schon gewesen sind, in der Hoffnung, dass, ja, und schon wieder haben wir kein Glück, in der Hoffnung, dass wir das vielleicht von den Gegnern bekommen können, die wir da schon irgendwann mal angetroffen haben in vorigen Besuchen. Und ansonsten weiß ich mir aber auch nicht mehr zu helfen. Also die Grabungspunkte sind jetzt hier natürlich noch offen. Ja, Parasitenöl ist doch nicht verkehrt, kann ich ja gleich mal hier weitermachen. Jetzt müssten wir sieben davon haben, acht, wir brauchen aber zehn, das heißt noch zweimal Parasitenöl, Mr. Budla. und du würdest mir sehr helfen. Ja, schön, dass du keine Ketten generierst, weißt du, bist hier schimpfst du hier Großmeister in deinem Metier, aber holst uns dann immer nur popliger Einzelparasitenöltröpfchen raus, ja, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Aber gut, er ist jetzt im letzten Versuch wieder ein bisschen aufgewogen. Und, ähm, ja, hä? Achso, ne, nach links muss ich weiter. Gut, ich hatte gerade irgendwie einen leichten Knick in der Optik. So, hier haben wir eine Truhe, vielleicht finden wir diesmal unser gesuchtes Item auch ausnahmsweise mal in der Truhe, wäre ja auch mal was Neues. Mal aus dem Bohrpunkt, mal vom Gegner und mal aus der Truhe. Nö, aber toll, Diamant, ähm, klingt auch nicht verkehrt. Ein schöner pechschwarzer Talisman wird hauptsächlich für Accessoires verwendet. So, so, das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. Also Diamanten haben wir hier, glaube ich, bisher irgendwie noch gar nicht in irgendwelche Schwerter oder Schilde oder so reingepackt. Die sind bisher, glaube ich, immer in irgendwelchen Accessoires verwurstet worden. Und, ähm, ja, Leute, ich glaube, jetzt zeichnet sich langsam die Schwierigkeit ab, dass wir jetzt hier in diesem ganzen neuen Gebiet irgendwie nicht fündig geworden sind. Ich glaube, da hat sich gerade schon wieder ein Gegner aus dem Boden geschält. Oh ja, toll, dass ich jetzt die ganzen Riesenspinnen noch mit an Bord habe. Na ja, gut, wir haben hier nämlich schon wieder so einen Ivalok, aber dann soll dem halt so sein. Dann werde ich gucken, was ich hier machen kann. Das müssen wir ja wohl trotzdem mit links schaffen, denn diese kleinen Spinnchen, die tun uns ja eigentlich nicht sonderlich weh. Wobei ich sagen muss, dass wenn die ein paar Mal hintereinander weg immer ihre komische, doofe Sprungpresse auf uns herniederprassen lassen, herniederprassen lassen, dann, ähm, ja, dann ist das schon gefährlich, ne? Also dann kann man das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Also gestorben bin ich davon bisher noch nicht, auch im letzten Kampf noch nicht. Äh, also auch im letzten Kampf nicht so rum, das noch kann man streichen, aber, äh, ausgeschlossen ist das nicht, ne? Also wenn einige unglückliche Umstände zusammenkommen, dann könnte das schon heiter werden, aber, ähm, ja, sind wir mal realistisch, wirklich Gefahr geht von denen jetzt nicht aus. Das ist allerhöchstens nervig und, ähm, die sind ja momentan ganz gut aufgestellt, auch mit Möglichkeiten, hier unter Heilung anzuwenden und, ja, ich hoffe einfach mal, dass wir es vielleicht irgendwann mal schaffen, so einen Ivalok zu fangen. Werde ich jetzt mal ganz genau drauf achten, wenn wir jetzt den Kampf überstehen, ob da im Hintergrund einer rumliegt. So, hier bitte einmal MP hochhalten, hier probieren wir es wieder mit mystischen Kampfkünsten und hier mit Normalkampfkünsten, wo auch der Hyperhammer mit drin ist. Ich habe übrigens im letzten Kampf gesehen, also klar, die Riesenspinnen sind jetzt nicht so die Megaspern-Gegner, aber Nora macht mit ihrem Drachenbröen echt verdammt viel Schaden oder richtet verdammt viel Schaden aus. Also, die hat das im letzten Kampf auf einen Schadensoutput von 30.000 gebracht. Das ist ein Wert, den selbst so der ein oder andere alteingesessene Mitstreiter hier aus unserem Trupp nicht zustande bringt mit Attacken, die er schon oder mit Angriffen, die er schon auf 5 gebracht hat, also auf Stufe 5. Und ja, das fand ich schon sehr beachtlich und wollte das mal hier lobend hervorheben, weil ich ja ansonsten immer nur immer nur am rummeckern bin und mich über sie beschwere in letzter Zeit und ja, das ist mir einfach mal positiv aufgefallen, ne? So, und jetzt würde ich es sehr begrüßen, liebe Leute, wenn ihr einmal so einen Ivalok fangen könntet, aber ich glaube, der hat sich hier gerade in Luft aufgelöst. Ja, ich glaube, da werden wir wieder kein Glück haben, da liegt schon wieder so eine hässliche Riesenspinne, aber das war es auch schon. Und ja, jetzt bin ich langsam mit meinem Latein ein bisschen am Ende. Riesenspinne, ach, Nachtblütensamen, ich hab, ich hab, ich bin, ich bin gerade irgendwie etwas wach. Wo kommt denn der jetzt her? Hm, kam der jetzt irgendwie von den Riesenspinnen was ich mir irgendwie fast nicht vorstellen kann? Oder ist das jetzt ein Drop von diesem Ivalok gewesen? Tja, keine Ahnung, also wer das weiß, der möge mich bitte aufklären. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ein, ähm, jetzt ein Drop vom, äh, von den Spinnchen war. Dafür haben wir einfach schon viel zu viele von denen aus dem Weg geräumt. Und wenn das wirklich von den Spinnen gekommen wäre, dann hätte ich eigentlich auch im letzten Kampf schon eine ganze Menge davon kriegen müssen, weil ich ja da, glaube ich, mehr als doppelt so viel von denen aus dem Weg geräumt habe. Und, ähm, ja. Aber gut, ich freue mich jetzt natürlich. Jetzt haben wir nämlich diesen einen und, ähm, den brauchen wir auch nur. Und, ähm, wenn die Mission danach womöglich zu Ende sein sollte, dann, ähm, ist das soweit ganz gut, ne? Würde ich mal meinen. Tja, das heißt, äh, unsere Herausforderung besteht jetzt darin, diesen Kosmos-Sand noch irgendwie aufzutreiben. Und, ähm, ja, da müssen wir jetzt einfach mal hoffen, dass dieser, ähm, Gegner, der uns das beim letzten Besuch hier an diesem Ort, ähm, dargelassen hat, dass wir den diesmal hier auch wieder antreffen werden. Aber wer weiß, vielleicht muss ich das auch gar nicht hoffen, denn, ähm, vielleicht spawnen die auch immer. Aber das weiß man halt im Vorfeld immer nicht, ne? Und da ich mich auf das Schlimmste immer, äh, ganz gerne einstelle, um dann am Ende nicht enttäuscht zu werden, ähm, so richtige Pessimisten-Logik, ähm, gehe ich immer davon aus, dass ich vielleicht, ähm, Glück gehabt habe und dass ich jetzt vielleicht nicht so ein Glück haben werde. Und, ähm, ich muss mal gucken, ob ich noch grob zusammenkriege, wo diese, wo dieses Iva-Loc-Pondant beim letzten Mal rauskam. Und, ähm, wenn ich merke, dass ich dort, wenn ich da durch die Gänge gleich rumschleichen werde, nicht fündig werde, dann, ähm, kann ich ja immer noch kehrt machen und, ähm, den Dungeon hier, dieses Gebiet nochmal neu betreten und dann mein Glück nochmal probieren. So, die Mandragoras, die nehme ich nochmal schnell alleine mit. Also, die Riesenspinnen, die würde ich ja zukünftig fast schon ignorieren, wenn die jetzt nicht gerade irgendwie akkursiv drauf sind und mir hinterher dackeln. Aber diese Mandragoras, die hinterlassen immer noch, ähm, verhältnismäßig gute Items für uns und, ähm, deswegen lasse ich mich hier sehr, sehr gerne auf die Kämpfe ein. Und wir sehen unten, dass wir allein bei denen schon drei Komponenten haben, die wir noch nicht mal zehnmal, ähm, in unserem Besitz haben, beziehungsweise das vierte Item auch nicht sonderlich oft mit 14mal und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, ähm, immer wieder sich mit denen auch etwas eingehender zu befassen. So, ich werde jetzt direkt weiter hier nach geradeaus gehen, ähm, in der Hoffnung, dass wir hier nochmal dieses andere Vieh zu Gesicht bekommen. Ich weiß nicht mehr, war es so, als ob hier bei dieser Gabelung oder an dieser Gabelung beim letzten Mal schon so ein, äh, so ein Gegner gespawnt wäre. Ne, der kam beim letzten Mal hier links in der Sackgasse, kann das sein? Ich mach mal eben, äh, die beiden Mandragora-Dinger hier schnell weg. Wow, der mächtige blaue Blitz von Rush, der hat gerade im letzten Schlag so viel Damage ausgeteilt, ey, das ist mir fast schwindelig geworden. Ah, ha, ha, und drei Typen aus unserem Trupp haben gerade, äh, ihre LP erhöht bekommen. Ja, also wir haben beim, äh, letzten Besuch hier so viele von diesen, äh, von diesen Gegnern angetroffen, die uns Kosmos dann droppen. Da, Ivalmok, das ist genau das Vieh. Sehr gut, das heißt, ich werde jetzt vielleicht doch nicht, ähm, 10.000 Mal hin und her springen müssen, denn vielleicht können wir jetzt mit Hilfe, äh, dieses Besuchs schon unser Kontingent an Kosmos Sand, äh, aufs Maximum bringen und hier alles zusammen trommeln, zusammen sammeln, was wir haben wollen. und schaut mal, dieser Ivalmok, äh, der ist auch so ein bisschen, äh, farblich anders gestaltet, der ist nämlich so bläulich, ne, und dieser Ivalmok, der war eher so, ja, so bräunlich oder so, also wenn ich das jetzt nicht vollkommen falsch in Erinnerung habe, also so einen ganz kleinen Unterschied merkt man den an, aber, ähm, ja, wirklich spektakulär fällt der letzten Endes nicht aus. Es kann natürlich auch sein, ähm, dass wir in der, in der PC-Version hier ein einfacheres Spiel haben, also, ähm, was ich aus einigen anderen Missionen weiß, wo ich, äh, mir teilweise Hilfe geholt habe im Internet, ähm, ist, dass die Anforderungen, ähm, teilweise auch im PC etwas runtergeschraubt worden sind für bestimmte, ähm, für bestimmte Missionen. Mir fällt hier gerade nur kein, äh, kein passendes Beispiel ein und, ähm, es kann natürlich sein, dass wir auf der Xbox weitaus mehr von diesen Komponenten holen mussten. Das wäre eine Möglichkeit oder, dass, ähm, die Gegner entsprechend seltener droppen und somit auch schwieriger aufzugabeln sind, ne? Das weiß ich aber nicht, also, ähm, vielleicht habe ich hier jetzt diesmal auch einfach nur Glück gehabt. Also, ich glaube, Glück hat hier so oder so eine Rolle gespielt, denn, ähm, so selbstverständlich findet man das, glaube ich, jeweils im ersten Versuch ja alles nicht, was wir suchen und, yeah, und wir haben Kosmosand, das heißt nur noch ein, ja, ein Krümelchen, ein, äh, Fläschchen Sand oder was auch immer und, ähm, dann haben wir das hoffentlich auch geschafft. Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin alles andere als amused, wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass wir, ähm, dann noch weitere Aufgaben bekommen, aber irgendwann ist auch mal gut und ich rede mir immer ein, alle guten Dinge sind drei und, ähm, das wird es dann hoffentlich auch gewesen sein. Also, wenn wir dann noch einen Abschnitt freischalten sollten, dann muss ich sagen, ähm, ja, dann wird das ja richtig unübersichtlich. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, schaut mal da unten links, hier ist so ein komischer Schniepel, ähm, dass es da noch weiterführt, aber da haben wir wiederum auch keinen Hang gesehen, ne, also keinen, ähm, keinen Hang, den wir uns hätten runterstürzen können oder, ach, schaut mal da schon der Nächste, ich dachte, die kurbeln sich immer so aus dem Boden raus, aber der hier, der wartet schon ganz, äh, freudig auf uns. Ähm, ne, da war kein Hang zu sehen, deswegen, ähm, dürfte da eigentlich auch keinen Weg weiterführen, aber gut, das werden wir hoffentlich in nicht allzu langer Zeit, ähm, gleich sehen. Welche Angriffe aus der Ferne? Ne, geht mal lieber in den Nahkampf. Mann, Verband Nummer 3, ey, sollte man hier ein paar mehr von diesen, äh, tollen Kampfkünsten lernen? Ja, super, irgendwie haut Zedmon in letzter Zeit verhältnismäßig oft daneben, muss ich sagen. Also auch in den Kämpfen, wo ich euch rausgeschnitten habe, hat er in diesem Part zumindest nicht gerade mit sonderlich hoher Treffsicherheit glänzen können. Und, ähm, ja, lieber Zedmon, kann nur besser werden. Ne, gut, dass das wahrscheinlich jetzt keine XXL-Aufnahme-Session für mich werden wird, denn, ähm, dadurch, dass das hier am Anfang so gut funktioniert hat, ähm, denke ich mal, wird es auch bei diesem einen Part bleiben, wenn die sich jetzt nicht, äh, konsequent dagegen sträuben, uns Kosmos dann da zu lassen, was ich einfach mal nicht hoffen möchte. So, hier nehmen wir mystische Künste und hier Kampfkünste, das wird, denke ich mal, jetzt auch die letzte Runde für den sein. Ja, ich habe mich innerlich schon, ähm, darauf eingestellt, auf eine etwas längere Aufnahme-Session, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, denn, ähm, irgendwas, irgendwas, was ich wahrscheinlich niemals wieder in Erfahrung bringen werde, ähm, hat diese Mission damals extrem schwer für mich gemacht, ne, und da kann ich jetzt nur mutmaßen, was das gewesen sein mag. Vielleicht gucke ich mir das, wenn ich diesen Part jetzt hier aufgenommen und beendet habe, das auch nochmal im Internet an, weil, ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wenn ich zu dieser Mission, äh, ein bisschen so beim, am Googlen bin, und yay, und damit haben wir unsere letzte Ration Sand auch bekommen, sehr schön. Unser Buddelzähler ist auf null, das heißt, im Grunde genommen können wir damit auch den Rückzug antreten. Ja, weil das würde mich jetzt irgendwie schon interessieren, was mich hier, ähm, seinerzeit so diese Schwierigkeiten bereitet hat. Und ich muss sagen, so wie das jetzt hier in diesem Let's Play lief, ähm, war die Mission eigentlich ganz angenehm, ne, also wirklich schwer war das jetzt hier nicht. Äh, mal abgesehen von diesem blöden Weberknecht, aber der ist grob gesehen ja auch nicht wesentlicher Bestandteil dieser Mission gewesen, deswegen, kann ich ihn ja jetzt so als Indikator nicht mitnehmen. So, spitzer Fenrirschwanz, alles klar, Emi, sonst möchte keiner was. Ich gucke mal eben kurz, ähm, wir können das jetzt hier mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen künstlich in die Länge ziehen, aber dadurch, dass ich das im Vorfeld irgendwie ein bisschen verpennt habe, äh, will ich jetzt zumindest einmal Sedmon besuchen und dann ganz kurz noch zu Raghu gehen, ähm, weil, dass so die beiden sind, also bei Sedmon bin ich mir extrem sicher, dass, ähm, wir hier noch eine Fortsetzung haben werden, ähm, zum Thema Silberfalken, denn ich habe, als ich mal irgendwas anderes recherchiert habe, so aus dem Augenwinkel irgendwas von Silberfalken Teil 3 gelesen. Ich hoffe, dass, äh, euch das jetzt nicht so weit spoilert, dass ihr sagt, dass ich, dass ihr das irgendwie doof findet, aber sonderlich überraschend dürfte das ja nicht sein und wirklich inhaltliche Komponenten erfährt man dadurch auch nicht, die einem den weiteren Spielspaß in irgendeiner Form, äh, vermasseln könnten. Und wenn wir sowieso bei Raghu sind, dann können wir auch gleich gucken, ob wir hier nicht vielleicht, ähm, was Neues abschließen können. Und dann gehen wir auch wirklich gleich zu Melfina, denn ich möchte auch wissen, ob das jetzt weitergeht oder ob wir jetzt die Mission wirklich für uns abgeschlossen haben. So, hier gibt es keine, äh, neue Gilden-Quest, die wir abgeschlossen nennen oder schimpfen dürfen. Ich schaue jetzt noch mal eben ganz kurz, ähm, hier in dieser Gilde vorbei. Ja, was ich jetzt auch nicht weiß oder immer noch nicht weiß, ist, ob es sich jetzt überhaupt noch lohnt, mit Violet, ähm, zu quatschen, ne, weil, ähm, sie hat ja irgendwann mal so ihren Aha-Effekt gehabt nach irgendeinem Gespräch. Ich weiß nicht, ob da irgendwann noch mal ne, ähm, ne Quest drauf folgen wird. Deswegen werde ich sicherheitshalber jetzt, wo wir sowieso in Stella Palais sind, ähm, noch mal ganz kurz mit ihr quatschen und, ähm, mal gucken, ne. Also, wenn sie jetzt so, ich sag mal nach, 20 Mal anquatschen, immer noch keinen roten Blubbel über dem Kopf hat, dann, äh, gehe ich mal davon aus, dass wir von ihr auch, ähm, keine weiteren Missionen mehr bekommen werden im Spielverlauf. Aber wir wollen ja nichts unversucht lassen, ne, nicht, dass wir am Ende dann nur 99% aller Nebenmissionen haben, weil, ähm, ich da irgendwie zu geizig mit der Zeit war und, ähm, hier die Leute teilweise gar nicht angequatscht hab. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Und, ja, mit den anderen Charakteren werde ich dann noch mal sprechen, wenn, ähm, wenn ich das Ganze jetzt hier abschließe, also sprich, das Ganze noch mal offscreen abklappere und, ähm, somit hoffentlich unsere Chancen steigere, dass wir nicht allzu lange Zeit mal, ähm, hier so eine Charakterquest mal wieder bekommen, ne. So, jetzt bin ich erst mal gespannt, was er hier zu sagen hat. Ja, ja, endlich, ich sitze schon den ganzen Tag auf glühenden Kohlen. Zeigt sie mir, zeigt sie mir. Ja, ja, schaut sie euch an, sie sind prächtig, beendet eure, ach, gebt sie einfach rüber, sofort. Ach, meine Güte, ey, wie er selbst nach dem dritten Anlauf immer noch so verdammt unfreundlich ist zu uns. Hier, nimm schon. Mhm, das sind aber viele Pünktchen. Aha, 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 das ist der Zenit. Ich bin in luftige Höhen aufgestiegen, so hoch, dass mein Herz rast und mein Blut kocht. Die Einfachheit der Zutaten hat eine gewisse Tiefe, einen reichhaltigen Geschmack. Er versetzt mich in eine Welt voller Rosen, in der ich für immer leben könnte. Ja, das klingt nach Minimaldrogen ähnlichem Effekt, guter Forscher. Das ultimative Elixier ist in Reichweite. Mit ihm werde ich mich in eine Frau in der Blüthera-Jugend verwandeln können. Ha, 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 ja, er möchte also ein Elixier, er wollte also die Komponenten haben, um sich in eine Frau zu verwandeln. So, so. Ich verstehe, es sind wohl zu wenige Frauen, die ein bisschen in seinem Leben über den Weg gelaufen, mit denen er hätte was anfangen können und wahrscheinlich war die Schlussfolgerung daraus. Hey, werde ich halt selber zu Frauen und tu dem Planeten was Gutes, da es von diesem Exemplar wahrscheinlich zu wenig gibt. Ach, keine Ahnung, irgendwie peile ich den nicht, irgendwie macht er mir aber auch ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Und er hat schon wieder einen roten Blubbel über dem Kopf, das lässt mich gerade irgendwie wieder befürchten, als ob wir noch ein viertes Mal nach Ivaloks Nest aufbrechen müssten. Schnüffel, schnüffel, was? Oh, es hat funktioniert, es war perfekt, bis auf eine Kleinigkeit. Ich meine, ein alter Mann, der sich in eine alte Frau verwandelt, wozu soll das gut sein? Ähm, ja, die Frage habe ich mir auch gerade eben gestellt, guter Mann. Was fest und knackig sein sollte, war schlaff und wabbelig. Was sanft und weich sein sollte, war trocken und faltig. Oh, ich glaube, das sind gerade zu viele Informationen. Guter Mann, das sollte ich so im Detail gar nicht wissen. Ähm, ja, es war grauenhaft, schlimmer noch als grauenhaft. Es war womöglich der schlimmste Unfall in der Geschichte der Menschheit. Hm, ich denke, es ist nicht eure Schuld, dass ich alt bin. Lasst mich allein. Für heute reicht's mir, daher werde ich euch nicht mit weiteren Aufgaben belästigen. Ja, finde ich eigentlich gut, aber das für heute stört mich etwas, ne? 1600, immer noch ein sehr mickriger Lohn und er hat Tatsache immer noch einen roten Blubbel über dem Kopf. Schauen wir mal. Oh, Backe. Also nochmal Runde 4. Oh, mein Assistent, der sogar bereit ist, sein Leben für mich zu opfern, Nummer 1. Es scheint, als wäre ich nicht fähig, mein ultimatives Elixier zu vollenden. Wie enttäuschend. Ich wandle in einem Tal der Verzweiflung. Oh, machen wir jetzt den Paris oder was? Daher habe ich entschieden, eine Reise um die Welt anzutreten, um meinen Horizont zu erweitern und mein Repertoire auszubauen. Kurz gesagt, ihr seid gefeuert. Dies wird mein letztes Geschenk für euch sein. Es ist ein eher unerwünschtes Nebenprodukt früherer Versuche, ein Fehlschlag. Ich wollte es eigentlich zusammen mit dem Rest loswerden, war aber zu beschäftigt. Daher obliegt euch, äh, als meinem früheren Assistenten die Entsorgung. Okay, mehr habe ich nicht zu sagen. Sollten sich unsere Wege wieder kreuzen, können wir ja mal essen gehen. Bringt dann aber bitte eine attraktive Begleitung mit. Lebt wohl! Wow, göttliches Elixier klingt aber irgendwie gar nicht nach Abfallprodukt. Ein Elixier des milfinischen Forschers. Ein weiteres misslungenes Experiment. Sein Nutzen ist unbekannt. Mhm. Ja, und nochmal ein bisschen Geld obendrauf, aber immerhin haben wir diese räudige Mission jetzt abgeschlossen. Also wie gesagt, ich fand die nicht so schlimm. Ich fand es nur schade, dass wir immer und immer wieder an den gleichen Ort zurück mussten und ja, aber es sind immerhin wieder neue Areale freigeschaltet gewesen. Deswegen war das jetzt nicht ganz so monoton. Ja, muss man ja an der Stelle auch mal anmerken. Ich gucke mal, ob wir ihn trotzdem nicht vielleicht noch über den Weg laufen. Ja, immerhin hatte es was Gutes, dass er sich jetzt entschlossen hat, seinen Horizont zu erweitern. Das ist, finde ich, persönlich ein gutes Vorhaben. Damit haben wir unsere Ruhe und er lernt vielleicht irgendwann mal die Dame seines Herzens kennen. Und ja, fand das schon sehr witzig, wie er seine Belohnung, die er uns ausgehändigt hat, so total runtergemacht hat. Das hätte er uns auch als was total Tolles verkaufen können, aber ich glaube, er hat es ganz bewusst darauf angelegt, uns irgendwie fertig zu machen und uns zu mobben. Und ja, so, ich glaube, oh, guck mal, der kleine süße Xiti wieder so an uns vorbeitabst. Das ist so niedlich, das ist so niedlich. Oh Mann, ey, wenn ich mit dem Let's Play irgendwann durch bin. Guck mal, da steht er hier. Ist er gerade entlanggetapst und hält an, um mit dem zu reden. Das sind echt so Details, die ich so, 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 so gerne mag in Spielen. Gefällt mir wirklich total gut, ja. Und mit diesem putzigen Anblick, liebe Leute, verabschiede ich euch auch, denn, ähm, Kräuter einkaufen brauchen wir nicht. Ähm, sonderlich viele neue Sachen, die wir jetzt hier in irgendeiner Form erproben oder austesten müssen, habe ich hier auch nicht. und, ja, in Begleitung dieses netten Xitys sage ich, äh, oder wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag. Hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.